Herzlich Willkommen zu Ready2 Podcast. Wir sind hier zum Ende des Jahres mit einer neuen Icon-Folge, euer Lieblingsthema quasi und wir haben einen Gast da, der Kaiser Sose. Herzlich Willkommen, Bruder Herz. Kaiser! Kaiser, du bist ja zum zweiten Mal da und du hast dich bei mir gemeldet und meintest, Bro, ich würde nochmal gerne ein, zwei Sachen abklären und deswegen nochmal eine neue Folge. Deswegen herzlich Willkommen und was gibt es abzuklären? Was war dein Thema? Also erstmal, für dich heißt es eure Majestät und nicht Kaiser. Okay. So, ihr habt mich maximal auseinandergenommen mit eurer scheiß Folge. Bro, was laberst du da? Du hast genug Zeit, um deine Sicht der Dinge zu erklären? Wie das am Ende des Tages bei Icon oder bei den Fans ankommt, das ist doch nicht unser Problem, Alter. Wir machen ja einfach nur unseren journalistischen Job. Meint ihr das ernst? Ich war richtig gut mit Icon, bis ihr mit eurer scheiß Fitness-Folge um die Ecke gekommen seid. Ey, übertreibt nicht. Vergiss nicht, aus welchen Eiern deine Texte kommen. Hast du mich verstanden? Wer hat diese scheiße Halle oder Cripwalk oder Broke Boys, wer hat das geschrieben, Junge? Willst du mich verraschen oder was? Bro, der wird richtig frech, sagt die, wie es ist. Du ohne mich. Was wärst du ohne mich, Amunacream? Bro, okay, chill. Du bist krass, come on. Aber der fuckt ab, ich schwör auf alles. Ich fuck ab? Du fuckst ab. Bro, selo, Bruder, was haben wir hier wieder für Leute angeschleppt, Digga? Die kommen in unserem Podcast, wollen uns beleidigen. Wer bist du? Bro, was laberst du da? Willst du mich verarschen? Ich war das letzte Mal hier, ich hab so ein abgebissenes Stück Lasagne bekommen, so ein angelecktes, vergammeltes Ding. Jetzt krieg ich nicht mal ein Glas Wasser, Junge. Mi, 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 ich hab kein Wasser, ich hab kein Lasagne. Digga, wer bist du, Digga? Halt's Maul, Digga, hier in einem Taschtuch. Sehen wir aus wie ein Restaurant oder was, dass du ein Stück Lasagne bekommst oder was? Deswegen kommst du hier hin? Deswegen schreibst du mir, ich muss was erledigen, ich muss was klären? Junge, mach mal hier nicht auf Nizar, auf die deutschen Podcasts. Denkst du, wer du bist? Denkst du, du bist Nizar? Denkst du, du bist Cheyern oder was? Junge, willst du mich verarschen? Was für Nizar, Cheyern, Junge? Willst du mich fixen oder was? Es ist egal, ob du meine Texte schreibst oder nicht. Es ist mir scheißegal, Mann. Wer ist dieser Schwanz, ja? Was willst du, Digga? Willst du ärgern? Willst du action, Bruder? Willst du das schwecken, Digga? Jalla, komm! Das ist jetzt sofort klar, Digga! Ey, Jungs, ey! Wer wollte das so? Gib dem! Warte, 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 ich glaub... Der ist um mich gewonnen, glaube ich, Bruder. Ey, Bruder, warte, ich guck mal kurz den Puls. Bruder, der ist... Ja, okay, der lebt noch, aber... Bruder, was ist das so? Bruder, der wollte das so, aber guck mal... Wir müssen jetzt, wir müssen den jetzt hier wegbringen. Wo soll man hin tun? Ich hab den zweiten Keller, lass den dahinter. Komm, stepp dir jemanden raus. Nein, Bruder, Mann. Graf mal Gewalt, Bruder. Mach mir später. Einzeln? Ja, ja, komm. Guck mal, diese Icon-Scheiße, Bruder. Was für eine Scheiße du uns reingerattest, aber... Ey, warte, Bruder, Kameras machen, warte, ich muss Kameras machen. Warte, hier auch, Bruder. Ja, mach mal raus. Keine Beweise, Bruder. Okay. Ja, passt, das will mich schon schmerzen. Okay, 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 das ist gut. Okay, mach Tür auf, warte, mach Tür auf. Okay. Warte, warte, Luft ist rein. Ja, okay, komm. Ja, ja. Bruder, wie sollen wir denn hoch hin? Ja, du weißt doch, ich bin übersteig. Komm. Du weißt doch, ich bin übersteig. Ja, 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 ja. Stark. Bruder, jetzt ist er extrem rausgeflift. Was wollen wir sagen? Ich würd' sagen, das reicht, Bruder, ja? So? Ja. Ja, wenn ich schon mal rausgeflift. Ja? Ich brauche, wir haben einfach zu, was wir machen. Hast du verletzt? Nein. Ich versuch muss noch nicht mehr. Ich versuch Ich bin Puh! Ich bin Puh!